Der Sonax Pflegeratgeber Sonax Xtreme Protect & Shine ist eine wachsfreie Hochglanzversiegelung für alle neuen, neuwertigen und mit Politur vorbehandelten Lacke. Die Versiegelung wird einfach mit dem beiliegenden Sonax-Applikationsschwamm in kreisenden Bewegungen auf den Lack aufgetragen. Anschließend mit dem beiliegenden Sonax Mikrofasertuch nachwischen. Sonax Xtreme Protect & Shine überzieht den Lack mit einer extrem stabilen und glänzenden Schutzschicht, die für dauerhaften Schutz, intensive Farbauffrischung und hervorragenden Wasser-Abperleffekt sorgt. Das Anhaften von Staub und Schmutz wird reduziert, der Glanz kehrt automatisch nach jeder Wäsche zurück. Sonax Xtreme Protect & Shine reicht für drei bis vier einfache, superschnelle und kinderleichte Anwendungen. Ohne Vorbehandlung und ohne Trocknungszeiten. Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber Untertitelung des ZDF, 2020